herzlich willkommen zur dritten episode von ninja game 3 wir spielen ab dem letzten savepunkt weiter auf dem schwierigkeitsgrad schwer wir waren das letzte mal kurz vorm boss hoffen dass wir den diesmal schaffen relativ schnell schaffen sagen wir es mal lieber so das laden dauert schon eine ganze ecke es sich aber ja nicht ändern so wie gesagt spielen direkt an dem punkt weiter wo wir es dazu mal aufgehört haben please help please just Ich bin auf dich, Hiro. Wer bist du? Los geht's mit den introductions. Und los geht's. Komm, Ryu Hayabusa. Komm, komm! Mehr ein Dodge-Fest, als dass irgendeiner irgendeinen trifft. Und wenn, dann trifft er hier, mich scherz ich ihn. Ich glaube, es ist gut, dass das mein Info halt voll ist. Auch wenn es jetzt gerade nicht so lauschend läuft. Ich glaube, das machen wir lieber nochmal. Dann habe ich jetzt doch ein paar Hits zu viel bekommen. Wohnt sich das Info auch nicht. Uff, geht's schon los hier. Ich habe immer den Eindruck, dass er diesen Doppelheb machen muss. Und dann hat man kurz Zeit, wie eben, Damage zu machen. Weil dann auch nur, wenn er dich nicht drüber trifft. Und man darf auch nicht zu weit weg... Oh, was war das denn? Der ist irgendwie von der Reaktionszeit her, nach dem Angriff, schneller als, äh... ...mein Charakter. Eieieieiei... Eieieiei... Das war gut. Eieieiei... Eieieie... Eieieie... Eieieeie... Eieieie... Eieieie... Wenn er seine Mega-Combo da einsetzt, dürften wir... ...gann schön übel zugerichtet werden, wenn er unendlich getroffen ist. Eieie... 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 Eie... Eieie... 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 Phase 2 Oh, we start here Okay Oh, how he dodged that, dude He doesn't leak me The question is, how much damage do I have to do? Do I really have to kill him as he has to kill him? Or do I have to get some special stuff? It's definitely not very easy It would be very good if I didn't get so much damage at the beginning And first of all a little damage Let's see if we can get that somehow Now the curtain rises on the set That was already good Okay It works really well right now That was not too good We have to use the info now Okay, he is almost dead I think we have done it I think we have done it Oh, very good That was good Oh, what happened now with my sword? Open your eyes, Ryu Hayabusa What's going on? What's going on? What's going on? So, how does it feel to suffer as all of your victims? No, no We are both steeped in the blood of our countless victims, my brother Farewell until we meet again Tessa Hayabusa respawned I'm not sure I'm not sure Hayabusa I'm fine Listen, radar has picked up a missile incoming One minute to impact Maybe we will survive better You need to get out of there There's gotta be a way out somewhere Very dark, eh? And I lose always AP I don't like that I don't really like that How disappointing I had hoped the mighty dragon ninja Would have put on more of a show No matter Begin the next phase Yes, sir Hayabusa! Can you hear me? Hayabusa! Come in! Hi, Hayabusa! Hi, Hayabusa! We're coming to pick you up Good Good The question is, what's happening with my arm? I owe you one Don't worry about it What matters now is What's the situation? The soldiers withdrew once the residence was destroyed It appears you really were their objective Mizuki, turn on the news This new world has no need of nation states No need of avaricious incompetent prime ministers Or presidents Or kings Or despots Every nation Every country Must immediately agree to our terms of surrender You have seven days Exactly the number of days it took God to create the world Failure to comply will result in your immediate destruction We did it to London And we can do it to you So this is what they were really after There is no need of evidence Day 1 is created Day 1 is created There is no need No need of evidence You've got a plan Oh my... ja sieht ja ganz so in ordnung aus wie war das mit minus können wir auch hier das schwert 2 skillen denkt das werden wir auch machen ich habe eigentlich gedacht dass ich jeder noch was öffnen drinnen ist wohl nicht so was kostet denn das nil pro zu erhöhen machen wir doch an die vielen 1400 okay oh das ist ja auch interessant ich glaube das werden wir als nächstes erstmals gehen damit wir noch was zum heilen haben dann machen wir weiter ne oh jetzt ist mein hayabusa urgent call from hq transmission source has been identified see that high rise up ahead it was abandoned in the middle of construction as far as we can tell the satellite transmission originated from that location then it was uploaded and distributed through hack communication systems all around the world is that impossible entire world's resources at your fingertips maybe so who are these people whoever they are they have access to some serious money the u.n. has scheduled a crisis conference for today they'll probably order the mobilization of emergency forces hq has told me to provide you with whatever support you need looks like we'll be working together for a while longer for a while longer it does it does mehr recht sei this is as close as we can get by car without attracting attention it's close enough this was developed by our own engineers it's still just a prototype what is it it's obviously not your dragon sword now is it this is a special bow that can lock onto a target should be easy enough for you to use right i've used bows before okay good luck remember i'll be watching you the Faridниз on the Farid J tornar on the Farid on 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 Ah, 2 Kappers Ich muss das ja nicht alles mit dem Bogen machen, oder? Kann doch nicht wahr sein Ich kann Waffen aber auch nicht wechseln, also habe ich wohl diese Steine Ach du Kacke, Mann Ich bin aus dem Kopf Ich bin aus dem Kopf Ich bin aus dem Kopf Geht schon gut ab, aber da muss man sich irgendwie auch mal ein bisschen dran gewöhnen, hab ich das Gefühl Krass der Scheiß Ich hätte lieber mein Schwert wieder Oh, es geht jetzt ab Hayate fragt mich, zu kommen Oh Gott sei Dank, ein Schwert Jhingra Maru Aber es geht schnell um. Sicher, dass du es in einem Stück zurückbringst. Es ist nur ein Lohner. Okay, sag Hayate, ich sage danke. Du solltest jemanden in der Stadt haben, schau dir das Arm an. Ich werde. Soon. Es ist etwas, das ich erst zu Ende haben muss. Geh zu dir. Gott sei Dank, ein Schwert. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Wie hat sie das über dieses Ort gewonnen? Es ist klassisch, Top-Seek... Ninja haben ihre Wände. Da oben haben wir trotzdem noch, glaube ich, die Ausklammung. Ja... Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Du bist geschlossen! Vielleicht mir irgendwie... Da ist auch noch einer der rumschießt. Das ging ja ganz schön nach hinten los. Eieiei, da haben sie mich gut überrascht. Das ging nicht mehr. Man ist mir ab. Du bist schüttet. Ich bin zu schüttet. Ich bin zu schüttet. Fuck you! Uff! Oh shit! Oh shit! Ich bin irgendwie nicht so wirklich gerade Oh shit! Ich bin jetzt der Fasen! Ach du Scheiße man Warum ist das nur so schwer? Du bist meine! Du bist meine! Du bist so schwer! Du bist so schwer! Du bist so schwer! weiter so weiter 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 immer weiter Ich habe das Raketenwerfer-Hacker auch ausgeschaltet Das muss aber irgendwo wieder ein neuer sein Ich habe schon erwischt haben Ich habe nicht mehr viel HP Ich bin jetzt nicht fertig Das gelbe vom Ei So, es sind schon wieder zwei Stück Ich muss nur bis zum Nympho wenigstens durchhalten Ich muss gleich noch mal eine Runde heilen Und ich hatte es noch voll Oh mein Gott Das ist doch eine Scheiße Das geht zwar gut Das ist doch nicht so gut Das machen wir gleich noch mal Oh mein Oh mein Der ist auch nicht so gut Das ist doch nicht so gut Das ist doch nicht so gut Was ist das? Jajaja... Es gibt's ja gar nicht, so hart... ...dass sich halt echt nicht großartig treffen lassen, sonst bist du gleich im Arsch. Muss halt irgendwie ordentlich in die Combo-Kämpfe reinkommen... ...dass ich mir so schnell ausschalten kann... ...und das darf schon mal gar nicht passieren. Ja ja Ich würde dir irgendwie was einfallen lassen, wenn man das ordentlich Oh nein, ich wollte doch wegrollen Okay, jetzt können wir das nochmal machen Oh man, das ist unglaublich Machen wir den Bosse einfach fertig Wir kriegen ihn von so einer Pissgruppe Übelst auf die Fresse gehauen Ich werde das nicht mehr Ich werde das nicht mehr Ich werde das nicht mehr Du ja, du ja, du ja Ich werde das nicht mehr Und dann krieg ich von so einem Piss-Mob hier ordentlich auf die Freske an. Ich hätte doch eben mit dem einen guten Try das scheiß Nympho hinbekommen. Oh man. Ich muss hier mit 0 HP kämpfen, ey. Das war's schon wieder. Boah. Ich weiß nicht ob ich mich hier gerade einfach nur extrem blöde anstelle. Oder woran es halt liegt. Oh man es lief so gut gerade und dann schnappt der Piss an mich. Oh man. 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 Ohhhh! Verdammt! Gibt's auch nicht! Lief eigentlich nicht ganz gut. Denke ich vom Gefühl her. Lief! Das war's für heute. Oh man, oh man, oh man. Das war auch nichts gemeckert, nochmal machen. Ich muss am Anfang, denke ich, gut mit diesem Aufladen hinkommen, dass ich das ersten Angriff direkt, äh, zwei, drei Leute töte. So zumindest so einen Dicken direkt wegkriege. Das läuft doch jetzt gerade schon mal ganz ordentlich. Das ist auch gut. Wurft gerade echt sehr gut. Jetzt ist so ein Raketenkalle da. Das war der erste. Der zweite. Das muss ich leider abbrechen. Schade, schade. Sehr gut, ob er jetzt noch ein bisschen in die Wand gerannt hat. Ich muss ja nicht wieder wegkommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt ist das ganz so gut, aber... Egal. In einer anderen Richtung, dass den Raketenkalle aufschießen kann. Nein Alter was hat der denn für ein Schaden gemacht Das gibt's doch nicht Ich hätte jetzt meinen blutigen Zorn gehabt und alles Oh man Was eine Pisse Das lief eigentlich echt gut Egal ob er so muss funktionieren auf jeden Fall Ist doch auch gut, dass ich ihn direkt gesehen habe Ist doch nicht so gut Ich weiß nicht ganz sicher ob ich ihn erwischt habe Ich glaube auf jeden Fall irgendetwas geht ein Geil da dran Ich glaube auf jeden Fall irgendetwas geht ein Geil da dran Das war zu viel Schaden den ich bekommen habe Schade schade Ach hey Wie darf ich das denn jetzt noch machen Das ist echt eine blöde Stelle Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Ja Kann ich gerade wieder Abnehmen Ja was soll ich sagen Deswegen spiele ich auch schwer Dann habe ich wenigstens äh Eine Herausforderung Ich muss nicht gerade Im Kindergarten Oh 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 Das wäre ein richtig schlechter Start Ich könnte es nur live Ich muss nicht sagen Ich bin die 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 Leute Ich bin sie Und da war der Start halt auch schon schlecht genug Alter, wenn der mich jetzt nicht gepackt hätte, wär das gar nicht so schlecht gewesen Alter, wenn der mich nicht gepackt hat, wär das gar nicht so schlecht Das ist eigentlich sogar ganz okay, aber wenn ich mein Nympho vollkriegen würde, wäre das echt ganz gut. Okay, Nympho ist voll. Okay, okay, ich glaube, das könnte. Langsam. Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. Sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Ja, ich denke, ich beende dann auch jetzt erstmal die Episode. Ich danke fürs Zuschauen und wir machen natürlich gleich an derselben Stelle weiter. Ja, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.